Nach den Nachrichten auf Pro7. Guten Abend meine Damen und Herren, trotz der letzten Verhandlungserfolge in Genf droht sich der Krieg im ehemaligen Jugoslawien auszuweiten. Nicht mehr nur in Bosnien-Herzegowina, auch in Kroatien wird jetzt wieder gekämpft. Die Kroaten haben offenbar die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung aufgegeben und wollen selbst die Umsetzung des UNO-Friedensplanes in die Hand nehmen. Sie eroberten einige serbisch besetzte Gebiete in der Krajina, die ihnen durch den UNO-Teilungsplan zugesprochen wurden. Es kam zu heftigen Feuergefechten. Serbische Verbände haben daraufhin vier Waffenlager der UNO überfallen und ausgeraubt. UNO-General Nam Bia fürchtet jetzt ein Übergreifen der Kämpfe auf ganz Kroatien. Vor fünf Wochen hat die israelische Regierung 413 Palästinenser aus den besetzten Gebieten deportieren lassen, da sie angeblich der radikalen Hamas-Bewegung angehören. 13 von ihnen durften heute aus dem Camp im Niemandsland in ihre Heimat zurückkehren. Die Männer wurden irrtümlich deportiert. Dies hatte Israel schon vor Wochen eingestanden. Eine Woche diplomatischer Ränkespiele ist vergangen, bevor vier Rotkreuz-Mitarbeiter per Hubschrauber den Weg ins Niemandsland tatsächlich antreten konnten. Auch wenn vor allem die mitgeführten Medikamente in dem notdürftigen Lager dringend benötigt werden, die meisten Deportierten betrachten die Aktion mit sehr gemischten Gefühlen. Die humanitäre Hilfe, so ihre Befürchtung, wird die Deportation weniger unmenschlich erscheinen lassen. Wir wollen keine Nahrungsmittel, sagt ein Sprecher, sondern zurückkehren, wie es die UNO-Resolution 799 vorschreibt. Als die Hubschrauber am Nachmittag schließlich wieder abheben, haben nicht nur die irrtümlich Ausgewiesenen, sondern auch Kranke das Lager verlassen. Ob diese Geste auch Hoffnung für die Zurückgebliebenen heißt, nur wenig deutet bisher darauf hin. Die Bergungsaktion für den leckeschlagenen dänischen Supertanker Maersk Navigator läuft auf Hochtouren. Heute gelang es den Experten, die ersten Brandherde an Deck des Schiffes zu löschen. Dennoch wird in Malaysia und Indonesien die Angst vor einer Ölpest immer größer. Der Ölteppich rund um das brennende Schiff hat bereits eine Länge von 5 Kilometern. Fachleute befürchten, dass die mit 2 Millionen Fass Rohöl beladene Maersk Navigator auseinanderbrechen könnte. Starker Wind und 3 Meter hohe Wellen behinderten die Löscharbeiten sowie das geplante Abpumpen des Öls. Unklarheit herrscht noch immer über die Ursache des Zusammenstoßes mit dem japanischen Tankschiff am Donnerstag. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte klare Sicht. Bernhard Vogel ist neuer Vorsitzender der CDU Thüringen. Mit überwältigender Mehrheit wurde der Ministerpräsident des Landes heute in Jena als Nachfolger von Willi Baldböck gewählt. Dieser war über die Schmiergeldvorwürfe in der sogenannten Raststättenaffäre gestolpert. Vogel erklärte, er wolle das Amt nur bis zur Landtagswahl 1994 ausüben. Danach soll ein Thüringer diese Position übernehmen. Ein Sturm mit Windstärke 10 fegte in der vergangenen Nacht über Norddeutschland hinweg. Vor Cuxhaven kenterte ein Lotsenboot, drei Menschen ertranken in dem Fluten. Auch Hamburg stand unter Wasser. Am Morgen gegen vier Uhr erreichte der Wasserstand seinen Höhepunkt bei fast sechs Metern über dem normalen Spiegel. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch offen. Auch heute Nacht muss mit einem erneuten Ansteigen des Wassers gerechnet werden. Und damit zum Wetter von morgen. In beiden Teilen Deutschlands ziehen Wolken auf und es wird regnen. Nur in Süddeutschland kann sich ab und zu die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen dort sogar 13 Grad. Das, meine Damen und Herren, war die Kurzausgabe der ProSieben Nachrichten. Ausführliche Meldungen sehen Sie wieder um Viertel nach eins. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstagabend. Die Reporter. In der neuesten Ausgabe unseres Nachrichtenmagazins erwarten Sie folgende Themen. Fast 100 Tage in türkischen Gefängnissen. Der deutsche Journalist Waldberg. Anklage. Kurierdienste für die verbotene Arbeiterpartei PKK. Die Angst geht um bei den Schwulen. Täglich werden einige zusammengeschlagen. Schwulen klatschen heißt der neue Sport jugendlicher Gewalttäter. Die Reporter. Sonntag 19.30 Uhr auf ProSieben. Kidnapper schlagen zu. Im Nahen Osten. Und im Wilden Westen. Besser man dient dem Leoparden als dem Fuchs. Du machst mich wahnsinnig, du frischst mich auf! Oliver Reed ist der eine. Sean Connery der andere. Und beide wollen Candice Bergen. Wenn wir nicht hinterher noch ein paar abbleiben. Lieber sollte ich kämpfen gegen die Armeen der Europäer. Aber sie kämpfen nicht wie Männer. Sie kämpfen wie Hunde. Ihr Schweine! Zweimal hat die Lady Glück im Unglück. Denn ihre Entführer sind gar nicht so unsympathisch. Wenn wir es diesmal nicht schaffen, schaffen wir es nie mehr. Gibt es nichts in deinem Leben, wofür es sich lohnt, alles zu verlieren? Der Wind und der Löwe. Donnerstag, 20.15 Uhr. Und danach leise weht der Wind des Todes. Donnerstag, 23.25 Uhr auf ProSieben. Mit Werken wie dem Science-Fiction-Abenteuer Blade Runner und dem Road-Movie Thelma & Louise machte sich Ridley Scott einen Namen. Seine Filme garantieren für beste Kino-Unterhaltung. ProSieben liefert ihnen dafür nun den Beweis mit Black Rain. In diesem aufregenden Action-Thriller stürmen zwei New Yorker Cops die Unterwelt der japanischen Stadt Osaka. Als Hauptdarsteller sehen Sie in dieser deutschen Fernsehpremiere nun die Hollywood-Superstars Andy Garcia und Michael Douglas.